Ah, ich habe meinen Nummernblock ausgeschalten, kein Wunder. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Nubbergest. Wer sich jetzt gerade wundert, was das mit dem Nummernblock heißen sollte. Ich habe meine, dass mein Flaps angeht, liegt bei mir auf dem Nummernblock. Und den hatte ich gerade ausgeschalten, deswegen ging gerade nichts. Ich habe mich gewundert, hä, was denn los? Wir machen wieder eine Twitch-Runde, allerdings diesmal habe ich ein Handy, was ausgeht, super. Und zwar habe ich diesmal meine Twitch-Runde mir aufs Handy gepackt, ich hoffe zumindest, dass das funktioniert so. Das ist nebenbei noch aufgelöst, ich lege das mir mal gerade so, dass es ständig verrutscht. Na ja, hoffen wir mal, dass es funktioniert. Wenn nicht, gucke ich gleich mal nach, ob es funktioniert hat. Ähm... Wir wollten auf jeden Fall jetzt hier mal ein bisschen weiterbauen. Dann würde ich sagen, machen wir mal hier, fangen wir mal hier an. Wir haben auch Knochen dabei, das sieht gut aus. Und zwar hatte ich hier einfach nur ein bisschen Grünzeug gepflanzt in der Kopie. Muss ja nicht überall totgetreten sein, aber ein bisschen mehr sollten schon dabei sein. Das sieht doch schöner aus. Oh, so viel dazu. Ähm... Ja, auch hier hatte ich nur Blumen. Das würde ich hier auf dem bisschen noch machen sonst. So. Hier kann man jetzt gucken, aber ich würde auch hier nur Blumen machen. Also wie gesagt, mehr Blumen. So. Machen wir es so. Sehr schön. Dann machen wir auch hier. Zeug wieder. Mit mehr Blumen. Und hier würde ich es lassen einfach. Nur hier, hier. Hier am Rand kann sowas sein. Muss nicht mal mehr Blumen sein. Jetzt habe ich halt nur schon Blumen gemacht, also nicht wundern. Aber viel ist dabei nicht rausgekommen. Na gut. Dann würde ich sagen, es ist jetzt mal Zeit hier... ...anzugehen. Dann lass uns mal die Mauer hier wegruppen. Ich würde eigentlich... Eigentlich... Warte mal. Wir müssten eigentlich mal ein bisschen Diamanten nehmen dafür. Sonst dauert es hier ewig. Und ich werde nicht so ewig jetzt hier rumsitzen, sondern die das Zeug aufkloppen. Haha. Jetzt weiß ich auch. Hahaha. Alles klar. Okay. Wir werden also als nächstes in die... ...in den Never gehen. Wir verplanen uns... Ich verplan mich hier komplett. Das ist unglaublich. Wie man sich so verplanen kann, wie ich. Weg mit dem Crap hier. Lass mich auch mal mit jetzt hier. Moment. Dann packe ich das mal weg. Dann nehme ich mal das mit. Dann nehme ich mal noch... ...das mit. Das kann hier bleiben. Da habe ich schon einmal Seelensand im Winter. Ne, dreimal sogar. Nahrung habe ich. So, okay. Ah, ne. Quatsch, ne. Ich weiß nicht, warum. Ich das so nade gerade. So. Und dann werden wir jetzt mal auf Monsterjagd nochmal gehen. Auf Schnitzelturm. Den brauchen wir Level 30 mal ganz schnell. Ganz schnell ist gut. Und hoffentlich wird das was. Es wird ja gerade dunkel. Mal schauen, was wir erwischen. Oh, dann gehen wir mal mit einer vertauberten Spitzhacken runter in die Mine und holen uns mal ein paar Diamanten. Denn ohne wird es dann schwer hier ordentlich voranzuschreiten. Ach ja, wir bleiben noch 100 Folgen in der Gegend. Hat sich jetzt entschieden. Ich habe zwar nur einen Kommentar bekommen, aber dieser Kommentar wollte, dass wir 100 Folgen hierbleiben. Und da dachte ich mir, ein Kommentar ist besser als gar kein Kommentar. Also, machen wir, was der sagt. Ganz einfach. Ich soll ja nicht bestraft werden, wenn jemand mitmacht. In dem Sinn, dann, ja, sorry, du bist der Einzige, der mitgemacht hat. Deswegen gibt es keine Entscheidung. Soll ja nicht bestraft werden. Aua. Alter, was den sich kaputt getrennt haben, war das die Fliecher, ne? Jetzt habt ihr euch da drüben noch so, ne? Nichts besonders. Na gut. So, wo sind die Monster? Die Monstrositäten. Rüstung sieht gut aus. Rüstung sieht gut aus. Geht hier, da ist schon der Arztung. Die Arztung. Oh, kleiner. Hallo. Oh. 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 Ich mag es die Leute nicht. Das soll sie bitte am eigenen Mal überfahren. Sehr geil, da haben wir einen Feuerboden bekommen nochmal. Gut, bringt nur Kohle, aber... Ist cool an sich, einfach mal so einen Pigiplatz zu machen. Das bringt ein bisschen Abwechslung in das Spiel rein. Gut, den Typer mag ich auch nicht. So, was haben wir denn noch hier? Irgend ein lustiges Vieh würde er hier noch sein, oder? Ein Kombi. Der ist nicht unbedingt für seine Witzigkeit bekannt, aber... Fürs Erste macht das auch. Ich mag es hier leider nicht. Uh, was bist du denn? Der hat sogar zwei Knochen getroppt. Ui. Normaler Bogenschütze. Nichts Besonderes. Alles schön und gut. Ich versuche, diesmal ein bisschen länger durchzuhalten. Meine Stimme ist manchmal echt sehr angeschlagen, weil ich sie versuche, ein bisschen aufzumaxen. Also, wie gesagt, ich habe auch mal auf Twitch ganz viele Streams laufen, dass ich meine Stimme richtig überstrapaziere. Damit, ähm, die sich daran gewöhnen, viel zu reden. Also, noch mehr als sonst, meine ich. Weil, ich weiß nicht, ich muss auf alles vorbereitet sein, glaube ich, jetzt. Gemäß. Lass mich in Ruhe. Lol. Ich habe die nicht gewonnen, Schottet. Haben wir noch etwas Spannendes hier. Irgendein spannendes, neues Vieh. Wir haben ja noch länger nicht alle gesehen. Es gibt ja noch viel mehr Skelette. Wir haben jetzt das Obsidian, das Feuer und das, ähm, TNT-Skelette schon gesehen. Aber es soll ja bis an zehn verschiedene Skelette geben. Das ist eine Spinne. Aua. Was ist das, ein normales Skelett? Autsch. Wo? So. Man merkt gar nicht, dass ich beim Küper mal auf das große Schwerz wütsche, ne? Merkt man gar nicht. Oh, hier, weiß ich nicht. Oh, hier, weiß ich nicht. Ich bin so ein hinterhältiger Kleiner. Stub, 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 stub. Stub, 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 stub. Ich will noch was anderes sehen, das ist ja langweilig. See? Das ist ja langweilig. Ich will noch, in denen ich weiß, dass es nichts passiert ist. Ich muss mich, dass die Klorien-Tippe anbieten. Ich vermisse ich, dass die Klorien-Tippe anbieten. Ich will noch ihr, dass die Klorien-Tippe anbieten. Ich muss am ganzen Tag vibe spielen. Ich bin doch natürlich mit einem этим-Tippe anbieten. Ich will mich, dass mein Leben ist wahrscheinlich ganz gut. Ich will es nicht nur anbieten. Da ich mich gerade konzentriere nicht zu sterben bei den Sichern. Das ist übrigens schwer mit einem Diamantpanzer, aber so ein bisschen Konzentration sollte doch schon dabei sein. Dass mein Handy wieder ausgehen kann, jetzt kann ich ja nicht gucken, ob überhaupt was geschrieben wurde. Aber das tue ich gleich kontrollieren, kein Ding. Also diese Option mit dem Handy hinlegen, optimieren, indem ich nächstes Mal einfach so... ...die Rate, wann er sich zurücksetzt, Veränderung. Aua. Da ist doch tatsächlich einer neben mir explodiert, Dude. Was war das denn? Ah, das war ein... ach so, das war... ...die einen der anderen. LOL. Lesben Power, was? Ich dachte gerade, das ist eine zweibeinige Kuh, die mich angreift. Hey, das kennen wir doch. Unsere schnieke eingerichtete Höhle. Weil wir nichts anderes zu tun hatten. Über Nacht. Könnt ihr euch an meine Worte erinnern? Wenn wir eines Tages hierher zurückkehren werden. Ich kann mich noch genau da erinnern. Als wenn es vor ein paar Folgen gewesen wäre. Iiiiih. Stopp. 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 Hallo. Monster, die ich noch nicht kenne, wo seid ihr? Die mich das Grauen lehren, die mich das Fürchten lehren. Wo seid ihr denn? Hallo, ihr Monster, die mich das Fürchten lehren. Hallo. Huhu. Ja, dieser Zombie, der macht mir einfach so viel Angst. Ich habe mich direkt einfach mal zweimal von den anderen hinten lassen, weil ich so viel Angst habe. Angst vor Zombie. Was ist das denn? Na ja. Every day the same stuff. Ich dachte gerade, was ist das denn jetzt noch? Ich habe ihn nicht geohnt. Ich habe ihn gedrollt, sie gedrollt, es gedrollt. Habe ich Level 30? Immer noch nicht. Oh ne. Okay. Dann müssen wir jetzt wohl hier zum Schnellverfahren umwechseln. Schnellverfahren. Wir müssen relativ schnell verfahren. Was ist das denn? Was ist das denn? Na gut. Level 29 habe ich. Aber da fehlt immer noch ein sehr hohes Level. Und die Frage ist, wo bekomme ich das her? Ich glaube nicht, dass ich hier in unsere Monster falle. Wir haben hier eine Monsterfalle. Irgendwas eingesammelt hat. Hallo Aria. Jo. Ich glaube die Effektivität dieser Monsterfalle ist gleich Null. Ja, habe ich mir gedacht. Gleich Null. Ach ja. Wollte mich gerade schon wundern. Ja, das machen wir jetzt. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Level noch. Ich kann den Kaktus mal einschmelzen, den wir haben. Und da höre ich noch was. Wo? Hä? Bin ich behindert?